Erlebe Hunger! Schade, dass Dedel dabei ist! Wir zoomen! Nun jobbst du Georg hier nicht mehr. Das bedauern wir gar sehr. Doch wir gönnen dir dein Glück. Sicher blickst du gern zurück auf manche nette Stammgastrunden. Denkst ungern auch an solche Stunden, wenn am Tresen so ein Tor kaut, dir ab dein armes Ohr. Als Gast du uns erhalten bleibst, zum Beispiel, wenn du montags schreibst beim Doku auf, beim Skat auch mal. Doch wenn du dabei hast die Wahl, bevorzugst du das Viererzocken, bleibst bis Mitternacht dann hocken. Erfreust uns alle, dass man staune durch deine stets famose Laune. Ja! Ja! Wuuu! 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 Entschuldigung! Das war's, ne? Danke! Gewinde, gewinde, gewinde! Ein Tablett! Ein Tablett! Ein Tablett! Ein Tablett, ja! Ein Tablett, ja! Ein Tablett! Was sollst du erst aufmachen? Ein Tablett! Ein Tablett! Oh, das Papier ist so schön. Ein Tablett, ein Tablett! Das ist egal, ich hab davon mehr. Außer kann man das noch aufbügeln. So war das früher. Ich hab das ordentlich verpackt. So war das früher. Genau. Nied- und nagelfest. Geht das da rein? Ja. Kommt dann gleich. Kann ich mit der Wand verpacken. Komm mal unten. Brauch jetzt schneller. Weiß das super. Die Krawatte! Ist die geil, ey! Brauchtest du die Luftpolster-Folie? Ja! Ja, die Braune! Ich muss ja nachher wieder hier rein, ne? Ich kann so Maradona gehen, wir müssen uns auch verschicken. Das wird einfach in Alameda mit Fuchs verschickt. Wie süß! Aber schön! Von Dieter, ne? Ja! Was haben wir denn sonst? Wuuuuh! Voll schön! Vor allen Dingen ist dein Hemd Ton in Ton. Das ist natürlich auch... Hab ich doch gewusst! Und Colette, guck mal! Colette ist da mal! Ja, Wahnsinn! Ist noch ein Zettel drin. Da ist noch ein Brief, ja? Das ist ein Echtheits-Zertifikat. Kannst du irgendwann in 50 Jahren bei Baris für's anwenden? Hast du klar? Jo, das ist doch alles der Brief. Da gibt's was mehr. Ja, auf jeden Fall. Jo, jetzt ist der Moment, wo du heulen musst. Ja! Heul jetzt! Tu wenigstens so! Also unter den Armen tut das schon! Meine liebe Gäste, achten Sie auf die Nachtruhe da? Wo oder wie? War da runter? War da runter? Ja! War da runter? War da runter? Sehr geil! Ihr seid ja verrückt! Das ist echt richtig geil geworden! Das ist ganz toll! Ja! Neisemaustraße auch dabei! Ja, vor allen Dingen ist es ja so, es ist koffergerecht, ne? Ja! Kannst das auch falten! Gute dem Maß an des durchschnittlichen deutschen Umzugskartons! Gute dem Maß an des durchschnittlichen deutschen Umzugskartons! Da haben wir lange, lange, lange für gebraucht! Lars, wir haben Sonderschichten eingelegt! Ja! Wir waren nur wegen Georg hier! Ich bin aber auch mal von der Seite hier ein Foto! Ja, mach mal! Sieht ganz so schön aus wie alle! Das musste doch bald drei Stunden werden! In ein Glashaus neu im Gesicht! Ja, ich würde hier den Sonnen scheren, ne? Ich würde ein bisschen mehr zu Yogi! Zu welchem Yogi? Und lachen! Machen wir den Held runter, Lars! Tschüss! Hör, ich mach gerade ein Video! Du hast einen Balken! Süß! Ja, vielen, vielen Dank! Gerne! So, ich muss mir das erstmal aus der Nähe anschauen!